Es war heute an beiden Projekten sehr deutlich sichtbar, wie eben die moderne Baukultur über Ausbildung eines Daches erreicht werden kann. Und da ist das Dach, glaube ich, ein sensibleres Bauteil, als wie oft viele eben die sehen, weil das wird eher eine Funktionsfläche. Es ist eine Gestaltfrage. Wir sollten uns noch mal die Frage stellen, wie nachfolgende Generationen über die heutige Bauweise in Deutschland sprechen. Dachkult meint, es ist Zeit, wieder über das Thema Baukultur nachzudenken, über die Urform eines Daches, das Stahldach. Gerade auch in den letzten, vergangenen zehn, zwölf Jahren erleben wir durchaus wieder eine gewisse Offenheit oder auch eine Suche nach neuen Formen. Und wir müssen ja auch nicht vielleicht immer nur das Schwarz-Weiß denken und benennen. Es gibt ja geneigte Dächer, es gibt Chatdächer, es gibt diverse polygonale Gebäudeformen, aus denen sich auch entsprechende Dachformen entwickeln lassen.